Du bist mein Gott. Nie habe ich Größeres erlebt als mit dir. Nie habe ich anderes ersehnt als dich und deine Liebe. Ich bin in deiner Musik. Gustav Mahler, Herr Dr. Freude erwartet dich. Freude, Angriff, Mahler. Wozu konsultieren Sie mich dann? Liebst du mich? Machen Sie ein richtiger Quiz. Schuhe an oder aus? Es ist nett, dass Sie sich um meine Frau ein bisschen kümmern. Du bist ein Arschlind. Du bist ja übergeschnappt. Meine Frau betrübt mich. Alles funktioniert, aber ich zeig's dir. Wolltest du mir etwas abhören? Komm, jetzt. Bier. Was ist sie eigentlich für sich? Alles. Alma! Es ist geschafft. Die Sextre ist fertig. Jetzt sind drei Punkte. Die Sextre ist fertig. Und nach den guten Jahren? Ich kann ihn nicht verlassen. Ich bin so verwirrt. Als hätte ihre Gattin den Ehebruch erfüllen müssen. Um ihn an die Augen zu öffnen. Was hab ich dafür bekommen? Das ist die Musik. Die Musik. Mose? Hamisch. Gustav. Für dich, Andrea. Danke schön.